vom Boden so hier habe ich noch einen Karma Punkt die Waffe und Schädel töten 30% schneller ihr könnt präzis wirklich schaden einfach nur um 20% gut so, dann wollen wir noch mal weiter machen oh ich bin hinten ab für die oh ich bin hinten 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 ihr achtet ich bin hinten ich bin hier What the f**k? Oh my god! Spritze weiter, hau raus, ey. Hm, drei Türen. Jetzt wieder Ballermann wieder, ey. Drei Klo. Ey, schlucks sind doch viel Guilt hier, ey. Oh cool, da kann ich direkt einen C4 ansetzen. Bip, das ist schon mal gut. Noch einen. Was ist das denn? Ah, Penzerung, gut. Ähm, hier sind noch's Renker. Komm, Medipack, hier haben wir jetzt genügend Medipacks hier. Kann ich das da nehmen. Oder... Okay. Ich platziere jetzt hier direkt auch, schau mal. Ich denke mal, die letzte wird dann genau hier sein. Endlich! Wir haben's geschafft, Leute. So, kurz stehlen. Dran setzen. Letzte C4. Kurz noch hier den Raum abstauben. Oh shit. Oh shit. Was ist das denn eh? Ich bin ein Schrapp, wenn es nicht Ms. Congeniality ist. Ah, hallo. Money, money, money. Ähm, hm, 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 hm. La 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 la. Ähm, genau. Buh, 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 buh. Das wird meine erste Reaktion, um mit einem BANG zu Ende. Ich kriege das hier. Kurz direkt ausrüsten. Nutzen. Lö, Löteil. Äh. Äh. Bitte überprüfen. Na, das ist... Gut. Mein Name ist der Vollball tätowiert wie ein Schweine. Äh. Kannst du die Kiste da abschenken? Huch, das war ein bisschen zu schnell. Mal kurz gucken, wie viel Glow wir haben, Leute. Okay, 10 Minuten mach ich noch, dann, weil zum Rendern braucht das ungefähr 50 Minuten, wenn ich 15 Minuten rendere. Und, ja, dann werde ich dann gleich eine kleine Pause machen, sozusagen, eine Stunde, bis es fertig gerendert ist. Dann werde ich es hochladen und in der Zeit dabei, ach, die Affen wieder, werde ich dann H1Z1 Livestreamen. Oh, Mizi. Und das ist Schweine. Oh, cool. Pinyatas, genau. Wir sind eine Pinyata-Figur. Ich will nur, dass das Süßigkeiten rausklappt, ne? Goll. Die Fähigkeit ist geil. Und Keks. Kekse! Besser ist es, in der Liebe verloren zu haben, als in der Liebe Syphilis erwischt zu haben. Was ein Wort. Oh, ne, da waren schon die ersten Gegner wieder. Ach, du Scheiße. AHHHHH! Ach, du Scheiße. Mitzi, what are you doing? Das ist so Arschloch. Den großen noch immer verschmernd dauernd haben. Hoch. Aber heiß. Ja, das Kingen ist sehr gut gegen. Kingen über den großen Klitzen hier. Ja. Scheine aber noch nicht alle gewesen zu sein. Irgendwo muss hier noch was sein, sonst hätte ich schon längst diesen Sterne-Bonus hier bekommen. Kurz bevor ich weiter latsche. Oh. Oh. Du gehst mal auf Aja Du Drecksack, du Ich kriege das, ist geil Oh Mann das Spiel ist eigentlich richtig geil total bock super da ist mir gar nix drin die Mädchen die sitzt jetzt erstmal bei mir auf dem Schoß hier wo ich meinen neuen Computertisch habe das freut mich weil die sonst immer mit mir auf den Schoß kamen kleine Maus ne Mizi Was sieht das schön aus schöner Sonnenaufgang oder Untergang oder was auch immer Stirbkartons das Geheimnis war jetzt auch nicht so vollsteckt ja wenn er so ganz zufällig 1000 Kartons vor eingangs stehen ist doch für logisch dass da irgendwas ist ich denke mal das haben wieder tausend Gegner kommen aber egal Aua So 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 Ah, die Affen beleben ja wieder Woh Woh Das war's. Das war's. Das war's. ich tut einfach jetzt reizt es mir hier mit euch Ja, ich weiß, was ich zu machen werde, wenn ich mich aufgeregt. Genau. Hafner, Alter. Was tolles. Oh Mann, ey. Die ging jetzt aber auch gerade, die passt ab, ey. Ah, kurz nachladen. Ah, das ist im grünen Bereich. Gut. Lüpp. Oh ja, die fliegenden Aldis hier, ey. Das alles aufheben. Das ist voll komisch auf X-Ranzoom. Äh, Ranzoom. Ja. Okay, ist das Teil fertig. Hurra. Neues Ziel. Find die Flüsterer und nehm ihr das schnell ab. Es ist Zeit für die Feuerwerke. ähm, genau also so ein hässloses Arschloch echt Hallo So Leute, ich speichere jetzt mal hier ab und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht hier zuzuschauen ähm, schreibt mir in den kommenden Tagen gerne was dazu wenn ihr gerne möchtet und so und ähm, ich hoffe dass man sich das nächste Mal wieder sieht macht's gut und bis nachher im Livestream